Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation, ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist, ja, dadurch, dass ja jetzt auf der Gamescom die ganzen Bomben geplatzt sind, gibt's jetzt natürlich nicht allzu viel, wir mussten schon ein bisschen Kram und ein bisschen suchen, aber es ist trotzdem noch einiges dazugekommen, deswegen haben wir heute in der News-Ausgabe, wir haben Lotus, wir haben Tramsim und richtig viel OMC2-Content, das alles und mehr gibt es jetzt hier in den News. Ein neues Update für Lotus Stuttgart ist erschienen. Vor kurzem wurde ein Update für das Stuttgart Update im Lotus Simulator angekündigt, so heißt es aktuell, Martin und sein Team haben sehr viele Objekte erstellt, die nun im Workshop erhältlich sind. Wichtig zu wissen ist, dass die Zusatzobjekte von Martin und Hobby separat abonniert werden müssen. Neu in einem Update sind zum Beispiel die FIS Stuttgart, einige Objekte, Streckenabschnitt U14, Streckenabschnitt U12, die Bussinie 54 und der Betriebshof Aldingen-Hornbach wurden jetzt dementsprechend hinzugefügt. Das nächste Update wurde auch schon angekündigt, so ist am Sonntag, den 6. September, ein kleines Bugfix-Update jetzt verkündet worden. Bitte meldet die Bugs in dem Discord-Server von dem Bauteam, Link ist in der Videobeschreibung. Dazu kamen auch noch ein paar Fahrzeuge, unter anderem der DT 8.12 ist ein Hochflurwagen und hat eine Länge von ca. 40 Meter mit einem Gelenk im klassischen Stuttgart-Stil. Die Fahrzeugreihe stellt damals auch den Rekord von ca. 18% Steigung auf. Der GT4 von Martin wurde wieder zurückgezogen aus einem nicht angegebenen Grund. Der Blitz-Schwarp wurde auch angekündigt, sie ist auch als Killesbergbahn bekannt, doch mit diesem Fahrzeug hat es noch mehr auf sich. Dazu ein anderes Mal mehr. So heißt es aktuell, wie gesagt, in der kleinen Beschreibung, die wir hier zubekommen haben. Dementsprechend könnt ihr euch Stuttgart natürlich jetzt schon runterladen, ist natürlich im Workshop erhältlich. Würup hat ein neues Bild veröffentlicht von seiner kommenden Simulation Tramsim. So heißt es aktuell, mit der Linie 1 fährst du auf einem anspruchsvollen und beeindruckenden Streckennetz durch ganz Wien, von der Anfangshaltestelle Prater Hauptallee bis zur Endhaltestelle Stefan-Fardinger-Platz. Entdecke so das zentrale Streckennetz der Wiener Innenstadt. Eine umfassende 4 Quadratkilometer große Karte mit einem Straßenbahnnetz von über 25 Kilometer Länge in dicht bebauter Zentrumlage stehen dir zur Verfügung. Starte deine Sightseeing-Tour auf eine besondere Art. Mehr Informationen findest du auf unserer Website tramsim.com. Das Ganze erscheint jetzt bereits Ende Oktober, so heißt es aktuell. Wir werden euch natürlich da weiterhin auf dem Laufenden halten. Wenn ihr natürlich mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr uns gerne das Interview dazu angucken, welches wir geführt haben mit VIEW-App. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung mit drin. Es gibt mal wieder neue Informationen zu OMSI-Projekte Duisburg. So heißt es aktuell. Hallo ihr Lieben, wir sind nun wieder aus der Sommerpause zurück und haben reichlich Sonne getankt und zeigen euch jetzt Bilder vom aktuellen Stand der Karte. Testweise war auch ein Berliner Tatra KT4D bei uns in Duisburg zu Besuch. Wir sind momentan an unserer Oberleitung am Tüfteln. Wenn jemand einen Tipp für uns hat, dann immer her damit. Wir haben auch in der letzten Zeit sämtliche Kreuzungen nochmal überarbeitet. So heißt es aktuell von dem Projekt. Wir halten euch natürlich weiterhin auf den Laufenden. Wer mehr dazu sehen will, findet unten den Link in der Videobeschreibung dazu. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch das Projekt mal angucken. Aber auch München präsentiert ein neues Update. So heißt es aktuell auf Facebook. Wir arbeiten weiter an der 154 Ost. Wird schon noch etwas mehr Zeit benötigt. Wir haben das Schreiben der Fahrpläne unserem Vor- und Einsamer Wolf 86 überlassen, damit wir zum Release auch eine Avenio Tram als KI mitliefern können. Die Tram wird unterschiedlich konfiguriert sein, entsprechend der KI-Routen. Zum Beispiel zwei Gelenker, drei, vier oder drei plus zwei. Eine weitere Überraschung kündigen wir erst zum Release der 154 Ost an. Trotz der Hitze haben wir was für euch gemacht. Grüße aus München. So wie gesagt der Post von Facebook. Bad Hügelstorf hat ebenfalls ein neues Update für euch parat in der Version 1.3.2. Das Entwicklerteam von Omdi 2 Addon Bad Hügelstorf 2020 ist fleißig dabei, die Erweiterung noch mehr zu optimieren und auch der Wünschen der Community zu prüfen und teilweise umzusetzen. Das Addon ist nun in der Version 1.3.2.2.2 verfügbar und gegenüber der vorigen Version wurden so einige Optimierungen und Ergänzungen aufgenommen. Hauptmerkmal ist mit Sicherheit die Umgestaltung des Bismarckplatzes. Hierzu sind am Ende der News auch einige Bilder zu finden. Neben dem neuen Einkaufszentrum und der Bad Hügelstorf-Reha-Schule zieht vor allem der Bismarckgarten sowohl Besucher als auch Einwohner zur Entspannung zum Bismarckplatz. Der Buschsteig 2 ist nun ebenfalls verfügbar, sodass in zukünftigen Updates von diesem Steig auch Sondertouren wie Schülerbusse fahren können. Technisch wurde auch so einiges optimiert. Es greifen nun viele Kreuzungen und Splines auf einen zentralen Texturspeicher im Haupttexturordner zu, wodurch der Texturspeicherbedarf besonders in urbanen Regionen gesenkt werden konnte. Diese Änderungen sollten gerade nicht so performante Systeme zugutekommen. Es gibt noch einen kleinen Change-Log. Das ist aber das Ganze, was wir jetzt gerade durchgelesen haben. Es gibt noch eine Optimierung der Hofdatei. Diverse weitere Anpassungen und Verbesserungen. Fahrpläne und Haltestellenplan PDF wurden aktualisiert. Das Ganze wird natürlich automatisch runtergeladen. Wenn ihr das Ganze natürlich über Steam gekauft habt, dann sollte dort das Update bereits schon verfügbar sein. Subol hat ein neues Update für seinen Neoman Overhool bereitgestellt und ist auf Ormsi Webdisk erhältlich. Das Riese-Bus-Paket von Subol, jetzt in der Version Neoman Overhool 2.1.1.pb, wie gesagt, ist jetzt verfügbar. Hier wurde leider nichts vermerkt, was jetzt hier optimiert, verbessert wurde oder hinzugefügt wurde, eventuell vielleicht sogar entfernt wurde. Steht leider nichts davon drinne. Eine einzige Anmerkung war hier gewesen, dass ihr das alte Paket löschen sollt, um das neue Paket wieder zu installieren. Sowohl die Busse von Subol sind sehr, sehr hochwertig, teilweise schon so hochwertig, dass man das Ganze denken könnte, dass es hier Payback-Qualität ist. Das Ganze gibt es aber komplett für lau. So, ebenfalls auf Ormsi Webdisk ist jetzt eine neue Mod erschienen, Ormsi 2 C2-Ü Mod. Die könnt ihr euch jetzt dort kostenlos herunterladen. Das ist eine einfache Mod für den C2-Ü, inklusive einem neuen Lenkrad, neue Räder und einem neuen Sound-Mod von Pedro. So heißt das Ganze aktuell. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da Bock drauf habt, mal einen besseren Sound zu haben für den C2-Ü, dann könnt ihr, wie gesagt, diesen auch komplett kostenlos herunterladen. Aber auch für den Trend-Simulator gibt es hier vielleicht noch ein kleines Programm, welches eventuell ein bisschen was vereinfachen soll. Und zwar heißt das Programm LocoSwap. Ich möchte gerne euch mein kleines Projekt vorstellen. Nachdem ich einige Probleme mit RW-Tools getroffen habe, habe ich entschieden, mein eigenes Werkzeug LocoSwap zu entwickeln. Noch ein Hinweis, bevor wir beginnen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Das heißt, es kann einige Grammatikfehler geben oder falsche Wortwahlen geben. So heißt es aktuell auf der Webseite von Railsim. Was kann LocoSwap tun? Angeblich soll das Ganze jetzt hier relativ simpel sein. Unter anderem zum Beispiel Fahrzeugtauschen, Strecke und Fahrzeug in AP-Dateien erkennen. Funktioniert schneller als RW-Tools bei größeren Szenarien mit vielen Zügen. Fahrzeugnummern nach Nummernlisten automatisch anpassen. Kann auch manuell bearbeitet werden. Lok gegen Waggon, Waggon gegen Lok tauschen. Tauschpaare speichern und später übernehmen. Zum Beispiel alle Teile von einem Triebwagen kann auf einem Klick getauscht werden. Positiv hier auch noch zu sagen, dass das Programm, wenn ihr da irgendwas verändert, eine automatische Backup-Datei anlegt, so dass ihr nicht das komplette Szenario zerstört, so wie bei RW-Tools, sondern ihr könnt das Ganze dann einfach wieder rufen, könnt praktisch das Backup wieder neu installieren und dann ist das Szenario wieder auf dem aktuellen Stand wieder. Das Ganze, wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung drin. Guckt da am besten einfach mal mit rein. Was wäre ein richtiger Geburtstag ohne Geschenke? Diese bekommt man im Fall des 20-jährigen Jubiläums von Astragon Entertainment. Aber nicht das Geburtstagskind, sondern alle, die sich zwischen dem 3. und 10. September 2020 ihr Lieblingsgame von Astragon auf Steam sichern wollen. In diesem Zeitraum gewährt ihnen der 20-jährige Jubiläums-Sale fantastische Rabatte von bis zu 80%. Los geht es am 3. September 19 Uhr, wenn das kein Grund für eine Party ist. Anlässlich diesen Ereignissen ist auch der Bus-Simulator 18 und seine DLCs bis zu 80% reduziert. Schaut gerne mal bei Steam vorbei. Wir gratulieren Astragon im Namen des gesamten ÖPNV-Teams recht herzlich auf die nächsten 20 Jahre. PDP veranstaltet aktuell ein 20%-Sale für alle Produkte auf der Website. Mit dem Gutscheincode 20-Summer20 könnt ihr kräftig beim Lightchain Simulator, Busbetriebssimulator oder bei OMSI Navigation sparen. Die Aktion geht bis Montag, den 7. September 2020. Also schnell sein. Preis im Sale aktuell. Der OMSI Navigation aktuell für OMSI 2 7,99 Euro. Der Busbetriebssimulator für OMSI 2 19,99 Euro. Der Lightchain Simulator für OMSI 2 15,99 Euro. Und der Lightchain Simulator für OMSI 2 in der Deluxe Edition inklusive App und OMSI Navigation 23,99 Euro. Das komplette Bundle mit LSS, BBS und OMSI Navigation kostet 35,90 Euro. Auch kombinierbar mit anderen Aktionen. So heißt es aktuell bei denen auf der Website. Also am besten, wenn ihr da noch nichts von habt, schnell sein jetzt nochmal zuschlagen und dementsprechend euch dann nochmal ein Sale holen. Denn wenn wir jetzt demnächst die nächste Lightchain-Fahrt machen wollen, braucht ihr natürlich den Lightchain Simulator. Also, haha, haha, merkt ihr was? Einfach mal vorbeischauen und zu lang, wenn ihr das noch nicht habt. So Leute, und das war es aber auch schon wieder mit den News. Dadurch, dass wir es gerade angesprochen hatten mit PDP und die Lightchain Simulator, veranstalten wir jetzt kommendes Wochenende natürlich die nächste Lightchain-Fahrt hier in OMSI 2. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Aber bevor es erstmal losgeht damit, müssen wir erstmal eine kleine Abstimmung machen. Denn wir konnten uns nicht entscheiden. Wir haben drei Karten zur Auswahl. Und dementsprechend, die Mehrheit entscheidet, das seid in dem Fall ihr, wenn ihr natürlich mitfahren wollt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung drin. Wir würden uns natürlich über rege Teilnahme darüber freuen, damit wir dann wieder einen spaßigen Abend dann wieder zusammen hier mit unseren OMSI 2 und dem Lightchain Simulator haben können. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Rest auf dem Wochenende. Wir sehen uns dann hoffentlich zu den nächsten ÖPNV News hier wieder. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich. Ich sage Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.